Einen herzlichen Applaus für Christian. Nur nicht zu viel Forschung, glaube ich. Also zuerst einmal in meiner Rolle als Gastgeber mit Alex Brossin, unserem Küchenchef, mit meinem lieben Team hinter der Bar und herumschwirrend ein herzliches Willkommen an. Ich glaube mittlerweile sind alle gut und gerne in der Data Kitchen und im Data Space angekommen. Ihr seid auch gut gesättigt. Ich habe jetzt tatsächlich wieder eine Rückkopplung und werde das Ganze weiter versuchen. Der Rückkopplung ist gleich wieder weg. Das war nur ein kurzer Test, ob es jetzt funktioniert nach der Pause, aber die Techniker schalten die Rückkopplung wieder aus und dann sollte es in ein paar Sekunden kommen. So viel zum digitalen Moonshot und dem was alles möglich ist. Also Versuchskaninchen war ich jetzt, Rückkopplung haben wir keine mehr. Noch einmal ein schönes Herzlich Willkommen an euch alle in der Data Kitchen und im Data Space. Es ist knapp zwei Jahre her, dass ich Cookie Gindulis kennengelernt habe und knapp etwas mehr als ein Jahr her, als wir wieder zusammengekommen sind und für diejenigen, die Cookie Gindulis für das Cookie Scream bekannt und für innovative Konzepte. SAP hat die Idee gehabt, nicht noch einen weiteren Hub und Accelerator in die Stadt zu bringen, sondern tatsächlich einen Ort zu schaffen, wo die Öffentlichkeit zu Hause ist. und Engine Food und die Engine Food Familie hat es heute echt geschafft, dem Data Space genau das zu geben, was er eigentlich sein soll, nämlich ein Ort für die Öffentlichkeit. Ich sage jetzt mal in diese Richtung schon ein herzliches Dankeschön an euch auch, natürlich auch an SAP, die irgendwann einmal angefangen haben, hier mit uns gemeinsam zu bauen. Und SAP ist in vielerlei Hinsicht ein kluges Unternehmen, wenn es um Gastronomisches geht, dann hat SAP gemeint, wir holen jetzt einmal die Finger davon und holen uns einen Profis aus. Cookie Gindulis und Tina, unsere Art Direktorin, haben dann vor circa eineinhalb Jahren begonnen, damit sich zu überlegen, man könnte jetzt was in Richtung digitale Welt unternehmen, um ein spannendes Konzept hier gastronomisch den Data Space zu untermalten. Letzten Sommer kam Cookie zu mir und sagt, ja Christian, ich kann dir noch nicht viel verraten, weil es ist alles noch streng geheim. Hast du nicht Lust in ein Restaurant? Das hat was mit digital zu tun, das hat was mit Boxen zu tun. Ich musste ihn unterbrechen und sage, ich gucke bei allen ernst. Du weißt, dass ich 25 Jahre klassischer Gastronom war, du wirst mir jetzt nicht erklären, dass ich mit Robotern zusammenarbeiten soll, Burgerwende, Maschinen in der Küche, die irgendwie digitale Prozesse auf die klassische Gastronomie hinzunehmen. Nein, 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 ist ganz was anderes. Und was ist die Data Kitchen? Mir war relativ schnell klar, dass das das erste Mal ist, dass ich der digitalen Transformation gegenüber nicht skeptisch und kritisch bis ins letzte Detail gegenüberstand, sondern mir der Satz in den Sinn kam, wir schenken den Leuten Zeit. Das klingt total pathetisch und nach einer Werbeveranstaltung, das ist aber tatsächlich so. Wir schenken den Leuten Zeit. Wie lange ist eure Mittagspause? Bei 60 Minuten hebt ihr mal die Hand. Eins, zwei. Wer hat kürzere Mittagspausen? Ah, das sind schon mehr. Die durchschnittliche Mittagspause in Berlin liegt bei ca. 30 Minuten. Geht einer von euch noch in 30 Minuten mittags in ein gutes, gastronomisch hochwertiges Restaurant? Vermutlich nicht. Der Kellner braucht 10 Minuten bis er am Tisch ist, Bestellung aufnimmt. Dann hast du, wenn du Glück hast, nach 15 Minuten das Essen am Tisch stehen, dann ist die halbe Stunde auch schon fast vorbei. Und dann musst du ja auch noch zahlen. Also in 30 Minuten kriegst du es nicht mehr hin. Und ich muss noch einen Schluck von meinem Wasser nehmen, weil ich merke, dass ich anfange zum Schmanzen. Entschuldigung. Die Data Kitchen App, auch im Web unter datakitchen.berlin erreichbar. Nicht gleich nachschauen, heute ist es nicht erreichbar, weil wir Due to an Event geschlossen haben. Die Menükarte ist also im Normalfall täglich von 7 bis 19 Uhr online. Und ihr könnt es tatsächlich, stellt euch vor, ihr seid um 10 Uhr Vormittag mit den Kollegen beim ersten Mal dran zu denken, Mittagessen zu gehen. Du machst die Website der Data Kitchen auf oder in der App die Menükarte auf. Im Grunde wie bei Amazon auch. Bloß, dass du bei uns Getränke und Speisen in den Pfannenkorb legst. Den Zahlprozess abschließt. Da bei der Tür reinkommst du um 13 Uhr. Also angenommen, du bestellst für 13 Uhr. Und dann mit deinem Smartphone, das wird dann zum individuellen Schlüssel, dein Essen aus der Box holst. 15 Minuten davor lässt dich Alex Brosin und sein Team wissen, dass er jetzt anfängt frisch zuzubereiten. Und das ist im Grunde genommen das Prinzip der Data Kitchen App. So weit einmal verstanden. Die eine oder andere Frage, die einem oder anderen von euch schon im Kopf herumschwirrt, die hängen wir hinten dran. Weil jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das Schöne an der Data Kitchen App ist, dass die Cookies Familie von Anfang an gesagt hat, wir wollen hier entschleunigen. Wir wissen, dass der digitale Wandel, dass diese ganze Revolution, also mir geht es mit meinem Smartphone so, dass endlich, wenn ich es verstanden habe, nach eineinhalb Jahren schon das nächste kommt und ich wieder eineinhalb Jahre brauche, bis ich alle Tools verstanden habe, ziemlich schnell ist. Und das wollten wir entschleunigen. Deswegen gibt es den Spruch Slow Food Fast bei uns, also der überall drüber steht. Und das Allerschönste dabei ist, dass das Team von Alex Brosin und Alex Brosin mit dem Team sehr gemüselastig, sehr vegetarisch, sehr vegan kocht. Wir haben natürlich auch noch ein Fleischgericht und ein Fischgericht mit auf der Karte. Und was passiert? Die Leute haben im letzten Jahr sehr schnell begriffen, dass man hier, also so gut wie eine Currywurst schmeckt oder Döner-Kebab schmeckt, wer sich nachher dann noch sechs Stunden an den Laptop setzt und fit bleibt dabei, Hut ab vor demjenigen oder derjenigen. Ihr merkt schon, also da ist der kulinarische Anspruch dahingehend auch, dass er, ich mag das Wort gesund manches Mal nicht, in dem Zusammenhang, verwende ich es jetzt, auch gesund ist. Es schmeckt fabelhaft, also wir zumindest und all den Gästen, die bis jetzt hier waren. Und das ist einmal im Grunde genommen die Idee hinter der Data Kitchen. Und was wir schon aber auch merken ist, dass wir fernab von jeglicher Restaurant-Idee, die mit iPad in den Tisch eingegossen, bestellen, zu tun hat, zwei bis drei Schritte voraus sind. Das heißt, der Gast muss sich schon auch aus einer gewissen Komfortzone herausbewegen. Die Leute kommen manchmal zu mir und sagen, da kann ich nicht bei dir bestellen. Vielleicht kannst du schon, aber dann hat das Finanzamt fast dagegen. Irgendwie müssen wir es registrieren. Also der Registrierungsbestell- und Bezahlprozess wird dem Gast in die Hand gegeben. Das Schöne an der Idee ist, und das hatte ich vor einem Jahr noch nicht am Schirm, dass wir im nächsten und im übernächsten Schritt, wenn wir anfangen, Daten zu sammeln. Nämlich, wie viel Milligramm Milch habe ich an dem Tag verbraucht. Wie viel Milliliter Milch habe ich an dem Tag verbraucht. Wie viel aufs Gramm genau gerechnet Karotten habe ich verbraucht. Und jetzt gehe ich fünf Schritte nach vor und schau mir an, wo ich in spätestens fünf Jahren mit der Entwicklung gerne sein wollen würde. Das Prinzip von Farm to Table kennt man, das ist nichts Neues. Aber jetzt stellt euch vor, dass die ganze klassische Wertschöpfungskette, die wir in der Gastronomie haben, wir faxen teilweise übrigens noch. Wir faxen. Wir faxen noch. Wir telefonieren auch noch. Und wir schicken Excel-Tabellen. Und wir bestellen. Müssen wir in Zukunft nicht mehr. Das erzählt mir, ich nenne sie jetzt die Foodwall, am Ende des Tages, was wir verbraucht haben. Das ist der Benefit für den Gastronomen. Da komme ich gleich noch weiter dazu, um in die Tiefe zu gehen. Der Benefit für den Gast ist, und das steht ihm in Zukunft frei, er muss nicht klassisch Kalorien zählen, sondern er kann sein Ernährungsbewusstsein ein bisschen schärfer stellen. Das in Verbindung mit dem, was man vielleicht in Supermärkten kauft, was zu Hause über gewisse Apps zum Selberkochen passiert, das miteinander zu vernetzen, finde ich extrem spannend. Total spannend finde ich natürlich auch, dass am Ende des Tages, also in fünf Jahren, hoffentlich und vielleicht, der Bauer, der Zwischenhändler, der Großhändler, alle in dieses System vernetzt sind. Ich habe jetzt keine Dollarzeichen in den Augen und denke mir, wow, wir sind weltweit skalierbar und können steinreich damit werden. Wir haben auch den Anspruch oder die Idee im Kopf, dass wir aus der pervertierten Food-Branche nur eine Zahl, 56 Milliarden Tiere. 56 Milliarden Tiere? Ehrlich? Schlachtung. Also worauf will ich hinaus? So gern ich Fleisch esse, ich esse es lieber weniger, dafür wieder mit mehr Genuss. Das heißt, wir wollen da wieder hin, wo uns dezentralisiert die Region und der Acker das gibt, was er gerade zur Verfügung hat. Ein pervertiertes Beispiel, McDonalds. Stellt euch nur vor, der schmeckt nicht mehr weltweit gleich, dieser Big Mac, sondern der schmeckt in Berlin anders, in Paris, in Tokio, weil plötzlich Klein- und Mittelbetriebe, über die haben wir schon gesprochen heute, so digitalisiert sind, dass sie in diesen Wertschöpfungsketten wieder mit eingebunden sind. Das ist im Prinzip die Vision, die wir hier spinnen. Nicht bei gutem österreichischen und deutschen Wein, sondern stocknüchtern schon tagsüber. Also es ist kein Hirngespitz. Wir wollen tatsächlich in den nächsten und übernächsten Schritten in den Deep Dive ins Coding gehen und uns überlegen, wie schaffen wir es tatsächlich, den Bauern am Ende des Tages mitdenken zu lassen, bis hin zum Kunden, ihm mit der digitalen Transformation, die in der Gastronomie noch möglich sein wird, all die Dinge zu geben, die es optimieren. Letzte Sache zum Schluss. Das, was sich oft gefragt wird, ist, nach Spazier-Personal könnten wir. Ja, im Convenience-Food-Bereich vielleicht möglich, aber was wir gemacht haben, sind klassische Service-Mitarbeiter wieder zu Gast eben zu machen. Das heißt, wir haben mittags eher eine Wohnzimmer-Atmosphäre mit 80% Stammgästen und mit einem sehr entspannten Miteinander, als dass es ein Rush ist. Entschleunigung, Slow-Food-Fast und ein bisschen mitarbeiten an der Revolution im Food-Bereich. Das wollen wir gerne. Und jetzt freue ich mich auf echt kritische Fragen. Vielen Dank, Herr Christian. Vielleicht die erste Frage zum Einstieg, die ganze Technologie dahinter steckt, zum Beispiel jetzt auch hinter der Bestell-App. Hat ihr da SAP geliefert oder habt ihr mit Start-ups zusammengearbeitet? Wie seid ihr da hingekommen? SAP hat uns da die völlige Freiheit gelassen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit denen wir bisher in anderen Feldern auch schon zusammengearbeitet haben. Aber in den nächsten Schritten ist natürlich SAP da auch mit dabei, unter Umständen uns zu unterstützen. Cool, dann die nächsten Fragen. Wer hat schon eine im Publikum? Die Hand hoch. Hier, wunderbar. Achso, Entschuldigung, ich glaube, ich habe es in die falsche Richtung geschoben. Interessant bei diesem Konzept, weil du jetzt gerade vorhin gesprochen hast, wir wollen jetzt diese Dinge anbieten, die uns der AK auch hergibt. Ich denke nur gerade, kommt drauf aus Wien. Okay, wir haben sechs bis acht Monate zur Verfügung, um Lebensmittel zu produzieren. Großes Potenzial tun es mit uns zusammen Vertical Farming, Food on Demand. Wenn wir genauer wissen, wann wir was brauchen, wann wir was anbauen können, dann kann es diese sechs bis acht Monate durchaus auch zwölf Monate werden. Das wäre eine extrem spannende Vernetzung. Im Augenblick geht man ja dahin, dass man viel einweckt, die Dinge in den Winter mitholt. Aber ja, auf solche Fragen stehe ich total. Weil es ein Input ist, der das Ganze nochmal erweitert. Erweitert. Na klar. Und wenn ich das Stichwort Machine Learning mir da hineinhole, das heißt, dass die Food Ball im kommenden Jahr dann auch weiß, was zu welcher Zeit wann wie produziert wird. Und solche Datenmengen gehören auch gerechnet. Ich hatte keine Ahnung von IT. Jetzt rede ich von Datenmengen und Kodieren. Das ist echt spannend. Aber du weißt, oder ihr wisst glaube ich, worauf ich hinaus will. Dann kommen wir auf optimierte Werte, wo auch ein Chefkoch, der 20 Jahre lang schon Erfahrung mitbringt und der sofort aufs Milligramm genau weiß, was in seinem Kühlhaus ist. Also ich will nicht die große Erfahrung von guten Chefköchen da minimieren. Aber ja, es geht wohl in die Schienen. Aber Achtung, ich denke mir auch, es ist der Konsument und es sind wir, die wir uns teilweise auch an der Nase nehmen müssen und sagen müssen. Also da musst du mich einführen, was im Winter alles möglich ist. Aber im Grunde genommen möchte ich keinen Hummer aus Mähen einfliegen. Im Grunde genommen möchte ich hier keinen Thunfischsteck anbieten, sondern schon den Leuten auch wieder klar und deutlich zu machen, dass Lebensmittel begrenzt sind. Aber das ist sicher ein spannender nächster Schritt. Na klar. Frage im Publikum. Gleich daneben von der Bahn. Ich habe noch eine Frage aus der Ernährungsberater-Sicht. Und zwar ist ja Berlin ein bisschen die Stadt der Intoleranz und Unverträglichkeiten. Wenn ich da jetzt was für stellen möchte, aber sage, gibt es das auch naktosefrei oder ist das auch nathenfrei, ist das auch eine Möglichkeit? Also zum einen sind wir jetzt auf Hafermilch umgestiegen. Weil Soja ein schwieriges Thema ist. Milch die Laktose zu entziehen, finde ich auch ein schwieriges Thema. Aber ja, um Himmelsbildes gibt es eine gute Energie. Aber um die Frage zu beantworten, du kannst nicht bei allem, du kannst dir Optionen auswählen. Also tatsächlich, wenn du keine Kuhmilch haben willst, dann kannst du dir Hafermilch anstattdessen auswählen. Aber auch hier ist immer der menschliche Faktor noch mit dabei. Unser Barista ist keine Artificial Intelligence, auch wenn er mit meiner Kollegin ziemlich schnell gegriffen hat und glaube ich viele Kaffees heute gemacht hat. Aber die App bietet Optionen, beim strammen Max den Schinken zum Beispiel wegzulassen. Eine ganz kurze Frage da hinten, okay. Ja, die Vision finde ich sehr, sehr spannend und die App habe ich auch schon mal ausprobiert. Finde ich auch sehr, sehr gut. Aber meine Frage geht in die Richtung, welche, also wie sehen denn eure konkreten nächsten Schritte aus, die Vision zu erreichen? Also gibt es schon konkrete Projekte auch mit SAP, um in diese Richtung zu gehen? Wir sitzen alle schon an einem Tisch, mehr darf ich dir noch nicht verraten. Gut, alles weitere kannst du vielleicht sogar noch im Anschluss rausquetschen. Ich bin bis zum bitteren Ende, am 22 Uhr glaube ich, ist es da. Ich stehe euch gerne auch im Zwiegespräch für Fragen zur Verfügung. Ich bin immer auch natürlich auch noch als Gastgeber da, also wenn es durstig sei oder hungrig, sagt das mir auch gerne. Mir hat das sehr Spaß gemacht, euch ein bisschen was über die Vision dahinter zu erzählen. Ich würde mich freuen, euch auch mal als Lunchgäste in der Data Kitchen zu sehen. Viel Spaß noch mit dir, mit euch und bei der Future for Food. Das ist eine Konferenz. Vielen Dank Christian. Danke. Vielen Dank.